So, Alkops Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bild-Zeitung oder fragen Sie Ihre Giraffe oder Kartoffel So, ich heiß nicht nur Tino, sondern herzlich willkommen zurück zu Beast Factor mit dem Tuber LP Alter, du bist mir ein bisschen zu schnell Ja Der ist mir zu schnell Wie immer Erste Der Telefon klangelt hinter mir Echt? Ne, es tut nur so So, wie viele Steine hast du denn platziert in der letzten Folge? 59, 100 Hast du nicht? Jetzt ist er gemuted Was für ein schönes Geräusch Wo ist er hin? Wo ist er nun? Wo ist er hin? Kann ich einfach abhauen Niemand Und Und Haut ungestraft aus meiner Aufnahme ab Und 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 jetzt immer wieder alleine also nicht dass sie mich stören würde aber so schon ein bisschen blöd ist ja schon naja also also weiß ich nicht ja da bin ich wieder ja und das caps lockst du es mir leid ich habe nämlich gerade im skype im moment caps caps lockt geschrieben und ja das sollte mich irgendwie aggressiv oder so rüberkommen ich war nur zu dumm um die taste auszumachen ja was hast du denn geschrieben moment habe ich nicht gelesen ich setze jetzt erstmal ein baum er ist jetzt die kotzen auch das was hast du und der penner hat noch gar nichts zu meinem neuen Haus gesagt das gefällt ja gar nicht mehr ane und ich wollte höflich sein und lieber nichts dazu sagen Arschloch schon ein bisschen hässlich von außen mal ein Pool in dem Pool das kannst du wieder kommen wenn ich habe ich ein cooler und ja 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 und hat sich auf cool na das also hier doch auch vor elf und wo freundlich cool das heißt habe ich geschrieben gut versteckt im Herstieg du nur ich bin um das war es mal ganz kurz Prozent wie viel Platz ich noch habe okay ich hab noch Platz so er was sagst du denn eigentlich zu Prozent das Prozent YouTube Facebook WhatsApp gekauft bestimmt noch nie jemand angesprochen in sein seinem Let's Play und er will sie wissen die allererstes denn wir haben das ja auch für erfunden ich habe das schon mal angesprochen in vor zwei Folgen ja vor zwei Folgen was und deswegen bin ich jetzt gespannt darauf deine Meinung dazu zu hören ja keine Ahnung ich benutze nicht WhatsApp oder Face ja WhatsApp benutze ich schon aber nicht Facebook deswegen müssen wir es eigentlich schnuppe du benutzt Facebook nicht ja nein ich benutze WhatsApp nicht Facebook wieso benutzt du kein Facebook weil ich kein Facebook benutze das ist ja komisch ja ne ne bei mir ist es genau andersrum aber auch benutze ich WhatsApp auch nur nicht weil ich einen alten Knochen als Handy besitze Pena Pena ist so aber ich krieg's vielleicht bald irgendwann weil in 300 Jahren ein Smartphone vielleicht mit Glück mal sehen wenn deine Mami oder aka Philipp ist erlaubt ja wir müssen müssen Philipp ist ein Zuhörter für alle er heißt Ralle du musst ihn Ralle nennen bitte ab jetzt das ist alles wichtig ich hab das irgendwann mal auf wir sind ja in einer Klasse also gewesen also sind zumindest jetzt immer noch auf einer Schule War Arma ja Arma 3 Mod und äh was war ich fand es echt toll diese Kacke Räusche nachmachen das finde ich schön ja klar ja das stimmt was würde ich jetzt sagen äh da hab ich ihn irgendwann mal festgelegt dass er ab jetzt Ralle genannt wird und das hat sich dann manifestiert und jetzt hat ihn die ganze Klassenstufe Ralle und jetzt musst auch du das tun bitte in Zukunft ja hübsch wenn ich ihn sehe nenne ich ihn wirklich schon bloß noch Ralle ich äh gibt kaum noch Momente indem ich ihn wirklich Philipp nenne das ist das ist Wahnsinn du dazu hält so was wie wollte ich das ja ich frag mich warum bist du eigentlich schon zu Hause ja ich hab Ferien ja so ich hab erst am Mittwoch aber ich hab montags einfach nur bis in 10 Uhr Schule was ich äh was 1312 bedeutet oha wir haben sogar die gleiche Uhrzeit nicht so wie Max ne der einfach eine Minute Verspätung hat immer ja doch ja ne also äh weißt du was 1312 bedeutet nein und ehrlich gesagt will ich auch gar nicht wissen wie sie das kann ich ja mal googeln oder benutze das auch nicht ne was ist was ist das Intel Neuland Explorer benutze ich was benutze von neuland so da ich hier diesen trim ob also nicht jeder cloche Stadt da hier und Matter st ich bin der Operator was das Benutzer keiner ja außer ich bin Moment so 1312 ein Auto was ich bin ja bei den da kommt noch auf Warte 1312 ACAB? Ja Weißt du nicht, was ACAB bedeutet? Nein Gibt es einen? Ich habe es gerade auf Wikipedia gefunden Ja, natürlich ACAB, was ist das? Irgendwas mit Kopf, oder? Ja Ah Ah Moment So Aal Aalcops Aalcops Die Aale 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 Vögel sind schon da Aale und Rolltreppen Rolltreppen Rolltreppen, Rolltreppen, Rolltreppen Aale Aale So, wie los? Geist mal bei der Aufnahme haben wir auch mit Philipp aufgenommen und der sagt einfach die ganze Zeit Ne, er ist mal liegen Keine Ahnung, der neue Halt Ja, der sagt einfach die ganze Zeit Tja, Taddeus Tja, Taddeus Was? Wetten, du weißt nicht mal wie ich ein Echter ist Ich habe gerade epische Musik am Laufen Also es wäre jetzt der Zeitpunkt um zu sagen wie du ein Echter ist Oh, jetzt ist vorbei Jetzt brauchst du nichts Also Wir sowieso keiner wissen Turmspringern Was eigentlich deine Haltung zum Dislike Button auf YouTuber? Unlogisch Was? Unlogisch Deine Haltung ist unlogisch Nein Warum man den eingefügt hat Ist einfach nur unnötig Wenn man ein Video nicht mag Dann muss man es doch gleich nicht runterhalten Dann Liked man halt nicht Oder so Ja und äh Wenn man es denn nicht mag Dann kann man doch Darunter schreiben was falsch ist Und nicht äh Ja und nicht einfach ja Dass es kacke ist Finde ich auch gut Ich finde es auch gut, dass der jetzt bloß noch grau ist Da ist es nicht so abschreckend Wenn da jetzt einer Neuer auf dein Video kommt Und dann gleich so einen fetten roten Balken sieht Bei grau ist halt Ist er halt nur Ist das normal grau? Wenn es keine Bewertung hat Ist da alles grau? Oder zur Hälfte grün? Ja Es sticht auf jeden Fall nicht so ins Auge Ich finde das gut, wie sie es gelöst haben erst mal Das ist gut Jude Nein, einmal Warte Warte Ich tue jetzt mal mein Inventar Seit 5 Folgen renne ich mit diesem beschissenen vollen Inventar rum Das muss ich jetzt mal ändern hier Ich verstehe jetzt das System So, wo kann ich das denn reintun? Hier Oh ja Jetzt ist sehr kompliziert Hä? Hä? Moment So Einmalstüberleg Schienbeinschutz brauchen wir auch nicht Das brauchen wir nicht Das brauchen wir nicht Brauchst du Samen? Also Äh Jetzt im Ne? So, Sinne Ja Weißt du nicht? Ne Hä? Ich Warum habe ich das so kompliziert gebaut? Ich verstehe meine eigene Technik nicht mehr Ja, siehst du also so einfacher wie ich es habe hier? Das ist viel besser Oh, mit deinen Nervengestimmungen geht das nicht Mann Ja Wie habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht 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 Hier ein Blümchen Und noch ein Blümchen Und noch ein Blümchen Oh, hier ist eine Rosen Oh, hier wachsen ganz viele Rosen Die kann ich dann alle ein Blümchen schenken Ah ne, Valentin zack ist schon vorbei Naja Alter Es bedarf keinen besonderen Tag Um Kralle Eine Rose zu schenken So, warte erstmal hier Oh Mann oh Es wäre cool wenn man das Jetpack so mit irgendeiner Rüstung einfach kombinieren könnte So einfach so rüber ziehen oder so Das wäre doch Kann man ja Naja, aber nicht so richtig Doch Powersuit Ja, beim Powersuit Aber Jetzt zum Beispiel irgendeine Eisenrüstung nehmen und Dann einfach das Jetpack da drauf machen und da ist das zusammen Naja Das geht leider nicht, ne Das finde ich blöd Ist ein Kack, ne Ich finde es immer ziemlich gut wie Microsoft einfach Werbung für Bing macht Oh ja Für Internet Explorer Der Internet Explorer ist doch sowieso schon überall drauf Und alle wissen, dass der beschissen ist Wieso macht man da noch Werbung Gibt man da noch so viel Geld dafür aus? Naja Besonders Ey, man muss ähm Den Scheiß immer installieren, wenn man einen neuen Computer kauft Naja, ne Du musst erst hier einen anderen Browser dafür runterladen Habe ich mal so ein geiles Meme gesehen Der beste Browser, um einen besseren Browser runterzuladen Oder irgend so was Spender Fand die richtig gut So red the trash Ja, das habe ich übrigens auf Facebook gesehen Ja Fuckenbuck Was was du nicht verwendest Ja Ja Gib noch schön damit an, ne Ja Du verstehst das gar nicht, ne Da kann man einfach schilderscheiden Das ist alles Indes Alles Die man möchte Da muss einfach mal erst eine Gruppe anlegen Da kann man aber auch gar nicht Ehhhhh 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 Das war hoof 15 minuten Weder müssen die neue Starten Ehhhhh Ehhh Tерм Bis zum nächsten Mal.